Das Böse begrüßt euch euch herzlich zurück hier bei Breath of Fire. Wir befinden uns hier gerade in Prima und sind mit dem Fischkopp hier unterwegs. Und ja, wir befinden uns wie gesagt hier in Prima. Nachdem wir in der letzten Folge wieder so einiges erlebt haben und mit dem Gobi, so heißt dieser komische Fischkopp nämlich, unterwegs waren, geht jetzt erstmal daran, hier diesen einen Typen zu retten. Wo war denn der hier innen oder so, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. War das hier oben? Da. Gib auf! Du bist machtlos gegen mich! So, dann wollen wir diesen komischen Geist mal umnieten. Ich weiß nicht mal, was das jetzt hier genau ist. Ich mach mal das. Ich kann kein Planer, was das soll. Sinsen, Mann. Wie geil ist das denn? Okay. Eschl. Okay, der hat einiges an Leben. Und macht verdammt viel Schaden. Oh. Sehr schön. Mach das nochmal. Du verwandelst dich in einen Donnerdrachen. Du greifst nochmal an. Nein, du machst, ähm... Das wieder. Cool. Wenn man sich in einen Drachen verwandelt, hat man wieder volle Energie. Das ist ja geil. Wusste ich noch gar nicht. Ist mir nicht aufgefallen vorher. Du machst das bitte nochmal. Ja, Nina greift jetzt halt auch mal nochmal an. Scheint okay. Was ist denn das für eine Aussage? Nina. Na gut. Komm. Ja, das war schon ordentlich wieder. Ich frag mich immer noch, wo Bo ist. Kahn. Und... Weil ich mein, irgendwo... Wo ist er denn jetzt abgeblieben? Ah, Nina muss unbedingt Kahn, äh... Heilen. Ganz wichtig. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Und du... Kahn. Genau. Das ist das erste, was du machst. Super. Sehr schön. Kahn hat Level Up. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich verliere. Das ist so möglich. So. Oh. Wo bin ich? Was ist passiert? Ist das Bo? Nee. Jetzt ist er wieder dabei. Warum verfolgen dich die dunklen Drachen, Orcs? Ich floh vor ihnen, weil ich dir eine Botschaft überbringen muss. Ich bin einer der Metallschmiede. Unser Geschäft läuft seit Jahren wie geschmiert. Können wir jetzt etwa Wände durchschmettern? Die Drachen kennen unser Geschick und haben uns gezwungen, eine Geheimwaffe für sie herzustellen. Wir wollten kämpfen, aber sie haben unsere Familie gekidnet. Okay, das ist böse. Das ist uncool. Helfe ich ihm, bekomme ich vielleicht meine Lizenz zurück. Auf. Wir haben gelobt, Sogs Truppen zu besiegen. Wir werden dir helfen. Der größte Dieb der Welt ist auf deiner Seite. Fühlst du dich besser? Halt! Warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen? Gut, die Leute trauen dir jetzt. Weiter so. Hä, was? Danke. Los, so stellen wir die geheime Waffe der dunklen Drachen. Jetzt geht's los. Okay, ich bin verwirrt. Was ist jetzt mit den anderen beiden Mitgliedern wieder passiert? Ja, wir bleiben einfach mal. Hä, habe ich jetzt ein neues Party-Mitglied? Ja, sehr. Alter Schwede. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich ehrlich bin. Ich könnte mir jetzt natürlich neue Ausrüstung kaufen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das ist echt ein bisschen blöd. Und für Rio auf jeden Fall. Das ist echt schwer, so viel Geld habe ich gar nicht. Okay, wir machen erst mal das hier. So, Eisschild. Kaufe ich erst mal zweimal. Das kaufen wir auch auf jeden Fall. Na gut, nehmen wir den auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns dauerhaft begleiten, die Leute hier. Ox. Sehr schön. Okay. Definitiv eine Investition wert. Oh ja. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hä? Gab es für ihn nicht? Achso, er hätte die Handschuhe... Hm. Ja, okay. Das Geld umsonst ausgegeben, ich deb. Aber das ist super. Besser. Wie sieht es hier aus? So, und das wird erst mal alles wieder verkauft, was wir jetzt noch haben. Verkaufen. Helm? Ja. Wer ist denn das hier? Oh, weggemacht. Weg. Okay, mehr ist hier nicht. Wir müssen nochmal gucken, kaufen. habe ich könnte ich nutzen aber sie konnte das doch nicht nehmen wäre trotzdem besser ich mache es jetzt einfach ich mache es noch einmal da habe ich kaum noch geld ist der wahnsinn echt so er kann das doch nehmen er hat ihn schon ja gut es lohnt sich jetzt nicht so mega ich nehme es trotzdem ich habe es gekauft jetzt naja besser als nix für ihn ist es auf jeden fall super hier ist auch gut noch mal verkaufen ja sorry leute ich bin ein bisschen verwirrt und so verkaufen aber ich werde jetzt auch dieses andere schwert verkaufen weil ich nutze sie nicht weg damit weg 50 ich ertragreich war das jetzt aber nicht mhm naja hier ist noch im waffenladen stahlbogen oder gift ist alles so teuer hier auf 42 lohnt sich auf jeden fall nehmen wir mit wird sofort ausgerüstet immer ein bisschen mehr der langen bogen direkt wieder verscherbelt verkaufen mit dem langen bogen wo habe ich ihn herr war er schon wo ist der langen bogen ich meine ein bisschen was ich bin nahe zu pleite ist das gruselig ganze zeit war ich da relativ gut unterwegs und jetzt sowas naja egal hier gibt es glaube ich noch ein richtig geiles dinge Was für... Mh, ne. Hm. Ha, ha, ha. Er macht aber schon relativ gut Schaden, also es geht. Das ist echt scheiße so. Das sag ich ganz ehrlich. Spieß. Spär ist definitiv noch besser für ihn. Lichtschild. Dann kaufe ich ihm das noch. Dann muss das erstmal reichen. Erstmal wenigstens ein bisschen mehr Angriffskraft für ihn. Ich möchte bitte verkaufen diesen... Spieß oder was er da hatte. Stab. Oh. Ja, sieht man schon, dass er scheiße ist. Okay. Aber kann ich... Moment, ich kann doch bestimmt die... Positionen ändern, ne? Kann ich bitte das wieder haben? Und den hier vorne jetzt. Gut. Wir sind also quasi trotzdem da, nur... Versteckt. Sozusagen. Okay. Okay. So, ja. Was hatten wir jetzt? Wir müssen zu diesem Fortress, äh, von diesem Fort hin, wo wir schon mal waren, ne? Also mit, mit Gobi halt. Ähm... Ich werde mal... Hier draußen versuchen, ob ich mich da mit Nina irgendwie hinporten kann. Oder kann ich mich ja, glaube ich, nur zu... Zu Städten hin links, ne? Zauber. Boah. Ist hier nicht nutzbar? Gänzlich nicht. Okay, das ist schade. Aber okay, müssen wir mit... Leben. Ne, wir sind, glaube ich, gern Norden gegangen. Und da Dings hoch sind wir, glaube ich. Alles kein Problem, glaube ich. Oder? Aber definitiv ein etwas anspruchsvollerer Gegner, weil der augenscheinlich bessere Defense-Werte hat als manch anderer. Wie sieht's hier aus mit Warpen? Möchte mal gucken, welche Optionen wir jetzt haben. Wir können uns nach Gant warpen. Bringt uns mal nicht viel. Und nach... Prima nicht, weil's unter Wasser ist, nehm ich an. Okay. Oh. Der sieht ein bisschen stärker aus, der Gute. Offensichtlich ist er das auch. Sehr gut. Trotzdem geschafft. Okay, also die Gegner hier auf dieser Ecke sind augensichtlich, augensichtlich, offensichtlich, augenscheinlich, wie auch immer, stärker. Bin ich jetzt auf dem richtigen? Oh. Rote Blobs. Rote Schleime. Bin ich gespannt, wie viel Erfahrung die da lassen, denn erinnert euch, die goldenen... Das waren ja diese Jackpot-Schleims, die ja tausend pro Stück irgendwie da gelassen haben. Und? Ne, das sind nicht so Jackpot-Schleims, aber trotzdem nicht schlecht. Hier. Kahn kann das nicht aufmachen? What the fuck? Okay. Ich muss, ähm... Ja, geilo. Sehr geil. So, ich möchte jetzt bitte wieder einmal die Position wechseln. Wenn das geht. Euch beide. Weil ich möchte sicher gehen, dass ich, ähm, etwa ein Gefallen entschärfen kann. Okay. Och, Quene. Ich wollte genau... Ich wusste gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich machen wollte, aber hat sich soeben erledigt. Kein einziger Tod. Aha, nicht gut. Die neue Ausrüstung macht sich eindeutig bemerkbar, würde ich mal sagen. Sehr schön, so muss das sein. Das finde ich wirklich cool, dass man das so... ...richtig gut merkt. Die Frage ist halt nur, ob jetzt die anderen, die jetzt nicht aktiv mitkämpfen, auch Erfahrung kriegen. Also, ähm, Gobi und Ochs. Ja, ist okay. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Das wäre jetzt nämlich blöde, wenn nicht, aber ich weiß es halt nicht. Echohelm. Okay. Hier nicht so? Nö, nö. Auch nicht. Hier wäre es definitiv vom Vorteil. Also bei Nina wäre es okay. Wie schaut's hier? Oh, ich habe mich ganz vergessen auszurüsten. Nee. Und hier? Nee. Das ist wirklich nur bei Nina ein Vorteil zu sehen. Kannst du dann vielleicht den Helm nehmen? Oder ist der schlechter... Nee, ist schlechter. Okay. Okay. Okay, hier müssen wir wieder mit Dings arbeiten. Mit Ochs. Aber nein. Erst werden die Truhen geplündert. Okay.